S-Sag mal, Liebling, weißt du, wo unser Brockhaus ist? Ja, den hab ich zum Altpapier gegeben. Du hast was? Du hast den Brockhaus in den Altpapier gegeben? Sag mal, hast du sie noch alle? Wieso? Montag warst du bei A wie Aal und gestern warst du bei Z wie Zyste. Ich dachte, du bist durch.